Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annetta und ich freue mich sehr, dass ihr angeschaltet habt. Heute habe ich für euch etwas Kleines. Ja genau, ich habe bei Estée Lauder etwas wirklich Kleines bestellt und habe das nur wegen einer Kosmetiktasche gemacht. Ich liebe Kosmetiktaschen und natürlich kann ich einfach nicht vorbeilaufen. Wenn ich dann ein Angebot sehe oder das als Geschenk dazu, ja, dann muss ich leider zuschlagen. Und an dieser Stelle, ich muss unbedingt André danken. Ich habe bei André in Instagram dieses Angebot gesehen, sonst habe ich natürlich selbst gar nicht recherchiert. Ich denke, sie hat absolut keinen YouTube-Kanal, aber bei Instagram ist sie wirklich aktiv. Und da bin ich auch Abonnentin und schaue, was sie da postet. Also, noch einmal vielen lieben Dank für Rabatt und für auch dieses Angebot. Ja, ich zeige euch noch Verpackung, wie das hat alles zu mir gekommen. In diesen riesigen Karton, ja, Kosmetiktaschen, meine kleine Bestellung. Die Bestellung war wirklich extrem klein. Aber wenn du auf diesen Karton schaust, du denkst, wow, was habe ich bestellt? Ganz Adventskalender oder was? Es ist jetzt leicht natürliches Lärm. Mit DHL-Paket angekommen war 52, nein, 500 Gramm ungefähr, weil der Gewicht, ja, so, nicht so extrem schwer. Ja, und was wollte ich noch auch zeigen, die es in Verpackung war, dieser Papier mit Estée Lauder-Ausdruck und noch Klebe dazu. Also, ich finde das wunderschön, dass sie auch mit Verpackung machen. Es gibt definitiv ein luxuriöses Gefühl, dass du etwas Besonderes kaufst, dass du wirklich etwas Teures, Luxuriöses, also ich mag das definitiv. Und Estée Lauder ist eine meiner Lieblingsmarke. Entschuldigung, nochmal ein bisschen machig Geräusche. Ich kaufe auch ab und zu bei meistens Schweizer Webseiten. Ich wohne in der Schweiz, nochmal zu sagen. Und wir haben natürlich andere Angebote und wir haben ein bisschen andere Preise, das kann ich schon sagen, ja. Und ich habe das via deutsche Webseite bestellt, erstes Mal. Und ja, schauen wir weiter, weil das ist natürlich für mich ein bisschen günstiger. So, ich zeige euch erstens das, was habe ich bestellt. Ich habe mir natürlich etwas günstiges rausgesucht. Das war Stained Face Make-Up Pump. Ja, das ist das, was ich nicht wirklich brauche. Aber kann sein, ich kaufe dann Full Size für mich. Ich habe jetzt zu Hause Mini-Versionen, die ich noch leer kriegen möchte, wenn ich kann. Und dann kaufe ich vermutlich noch Full Size. Ich liebe Estée Lauder. Es passt perfekt. Es sitzt. Es geht nicht weg. Du tragst das wirklich ganze Zeit, die Zeit du möchtest. Und ja, ich finde das einfach top. Und schauen Sie bitte an, das ist alles noch richtig gepackt. Das ist einfach nur Pumper. Ja, ich bin wirklich überrascht. Und dazu war auch Propchen. Zwei Stück, du solltest oder du könntest selbst aussuchen. Du musst nicht, aber es immer schön etwas Kleines noch dazu haben. Dann habe ich für mich Nutrition, das ist Creme Mask und Form Cleanser rausgesucht. Ja, habe diese Serie gar nicht ausprobiert. Ich möchte gerne das machen. Natürlich passt oder nicht passt, das weiß ich nicht. Ich würde gerne Estée testen. Und dann schauen wir. Kann sein, ich kann das auch kaufen. So, was steht hier? Du solltest das, ja, morgen und Abend verwenden. Ja, als Maske kannst du das auch. Wow, das klingt interessant. Du könntest das einfach auf T-Zone für eine Minute lassen. Oh, perfekt. Und noch diese Creme Mask auch morgen und Abend. Auch als Maske gibt es die Möglichkeit, für fünf Minuten einfach zu lassen. Und dann mit Tüchle, nicht abwaschen. Einfach mit Tüchle durchgehen und dann funktioniert die Maske. Wow, ich bin auch wirklich überrascht. Und jetzt ist Zeit, ich zeige euch diese Kosmetiktasche. Was übrigens habe ich auch sehr positiv auf dieser Website gefunden. Sondern du könntest aussuchen, was für Kosmetiktasche möchtest du als Geschenk haben. Das waren unterschiedliche Variationen. Ich nehme an, fünf. Eine kleine Tasche, die habe ich auch selbst zu Hause. Dann war eine, die ich auch nicht so hübsch gefunden habe, ehrlich zu sein. Und noch war eine, die als normale kleine Tasche ausgesehen. Da habe ich gedacht, oh cool. Nicht nur einfach nur Kosmetiktasche. Ich kann das auch kombinieren und wie normale Tasche tragen. Es passt nicht viel rein. Mein iPhone ist zu groß für diese Tasche, sage ich so. Aber mein, das ist Samsung, passt rein. Also ich probiere jetzt gerade aus. Jetzt, ich zeige euch, sieht so aus. Ob das nicht hübsch. Das ist die hübschste Kosmetiktasche, die ich habe von Estelle Audre. Auch diese Farbe, ja, gefällt mir absolut. Ich bin so zufrieden. Wirklich, ich habe ungefähr, übrigens habe ich bei Pricing gar nichts gesagt. Wie immer, ich vergesse so viele Sachen. Erstens hat ungefähr acht Euro gekostet. Dann war noch ein Code dazu. Ich glaube, ich habe nur sechs bezahlt. Natürlich kommt noch Lieferung dazu. 4,95 Euro ungefähr. Dann muss ich noch extra in Deutschland zahlen, weil ich deutsche Adresse verwende. Dazu muss ich extra leider zahlen. Ja, es lohnt sich meistens, sonst kann ich in Deutschland, nach Deutschland nicht bestellen. So, und nach Schweiz natürlich schicken sie das nicht. Oder das Ubertualt, das brauche ich natürlich auch nicht. Ob das nicht so hübsch und süß? Eure Meinung bitte in den Kommentaren. Ich finde wirklich. So, als Tasche kannst du tragen. Ich zeige euch noch. Das ist Samsung. Nicht der größte Samsung. Sehen ihr? Das ist die kleinste Version. Passt perfekt rein. Ja. Noch Lippenstift. Noch Spiegel. Noch etwas Schlüssel. Autoschlüssel zum Beispiel. Dann kannst du schon rausgehen. Und was finde ich auch super, das könntest du auch so tragen. Ja. Und absolut ohne Sicherung gehst du auch nicht. Schauen Sie bitte an, ist nicht offen. Du könntest das natürlich alles schließen. Wir sehen jetzt und sieht das so aus. Moment, ich muss das ein bisschen korrigieren. Ja, passt, oder? Wenn es natürlich nicht gefällt, einfach alles drin lassen. Da sieht es wieder so aus. Und alle diese Details, wirklich top gemacht. Ja. Hier steht noch Estelle Lauder. Ja, ich finde das hat sich gelohnt. Mindestens gefällt mir allerdings. Hm. So ihr Lieben. Das war alles. Extrem klein, extrem kurz. Ich weiß. Ich habe nichts anderes bestellt, aber ich wollte mit euch noch ein bisschen mein Bestellung anschauen. Ich weiß nicht, ob sie das auch gesehen und etwas auch bestellt, aber ich hoffe schon. Ich poste nichts leider, ob ich das wirklich machen soll. Ich überlege noch. Wir sind nicht so eine richtige Community leider, noch nicht. Aber wir wachsen, das weiß ich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, wenn Sie natürlich immer Dammchen nach oben lassen. Aber nie an meinen Kanal, Kommentar schreiben. Das hilft, das hilft, zu meinem Kanal ein bisschen zu wachsen. Ich bin sehr, sehr dankbar, wenn Sie dann noch mehr Leute da sind. Und ich denke, ich kann auch ein paar Codes oder ein paar nützige Sachen in YouTube auch posten. Dann könnten Sie auch ein bisschen vermutlich profitieren. Nicht alle schauen auf Instagram, nicht alle schauen da bei anderen YouTuberinnen zum Beispiel. Das finde ich irgendwie, ja, sich kann noch irgendwie in diese Richtung entwickeln. Was denken Sie über meine Bestellung natürlich? Hat diese Tasche, Kosmetiktasche euch gefallen? Und ich verabschiede mich in dieser Stelle und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bitte nicht verpassen. Bis bald. Tschüss.